Musik Hallöchen meine lieben Freunde, hier ist mal wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary Wir sind hier auf der brohlenden Küste, schauen kurz mal drüber Keine Krone, keine, 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 eine Eine Krone vorhanden, wird wahrscheinlich so ein Raidlead sein Bei denen alles kann man noch nicht gucken, weil man sieht sie noch nicht, dass wir bei Gelegenheit dann gerade prüfen Ich muss jetzt nur entscheiden, wo ich hingehe, und zwar gehe ich da hin Keine Krone, keine, keine, keine Keine, sichtbar, so wird der Rogue wahrscheinlich ein Krönchen haben Wir kennen uns ja schon vom WG vorher Also scheinbar wieder 10 gegen 10 Ja, das kannst du vergessen, mein Freund, da hau ich ab Viel Spaß So, dann Bubble ist jetzt weg Dann töten wir dich, bauen das Erz in Ruhe ab Das ist nicht schlimm Genau, äh, genau, ja, geh ruhig, geh ruhig, geh ruhig, alles gut So, dann können wir dich schnell heilen So, was haben wir erledigt hier, wo ist das nächste? Direkt vor uns Wir sind immer noch im Kampf, warum auch immer Vielleicht wegen dem Shami, nee, warum sind wir noch im Kampf? Ah, jetzt nicht mehr, so Okay, da sind noch zwei Hunter Das können wir uns wahrscheinlich holen Ja, das holen wir uns auch Äh, heiler, geh ruhig Ich werd das nehmen, du musst nicht hierbleiben Na, okay, da ist ein Fekaltruide So, Stun, Wings und alles raus Oh, 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 der arme Kerl wird richtig Geht richtig in die Fresse Ja, das wird dir auch nichts mehr helfen So Wir müssen uns nur selber heilen Kein Ali sichtbar Ja, Hammer So, 300 Da drüben ist eins Den Druiden ignorieren wir einfach mal Aber wir gehen hier auf den Ja, jetzt sind es mit Meeren unterwegs hier Okay, wir gehen auf den Paladin Der, ähm Panther hat nämlich Turtle aktiv So, Stun wir ihn Justicas Vengeance Wake of Ashes Pally haben wir auch noch erwischt Ja, aber ich kann gerade sagen, der Hunter lebt noch Jetzt lebt er nicht mehr Die Stun mal kurz Der Druide lebt noch Nein Okay, gut, da können wir jetzt einfach drauf gehen Dann können wir auch Stun Er hat nämlich keinen Insicht mehr bereit Doch, Human Racial hat er noch gehabt Genau So, dann haben wir den auch 500 Selber heilen Genau, Aufnahmen läuft Immer mal gucken Nicht, dass mein Mikrofon wieder aus ist Entschuldigung, das musste mal sein Einfach mal raus damit Da hinten ist Da sind sie schon Da oben ist Kein Hortler Bubble habe ich noch Ein Ali Zwei Ali Drei Dann gehen wir am besten auf den Shadow Inline ihn Das gibt es nämlich keine Diskussion Bubble ich gleich Das ist zu viel Hallo Mage Du kriegst ein Inline Mage kriegt ein Stun hinterher She is up Wings Heiler ist noch bei mir Mage, so wird das aber nix So, da ist er Down Demon Hunter Briebel sich mal die Segen des Schutzes Ah, okay, da ist der Rogue Arschlecken, mein Freund Gut, da hat er mich jetzt Habe ich ihn aber jetzt auch Rogue kriegt ein Stun Wig of Ashes raus Das können wir mit Justicas Wenn wir so ein bisschen Gegenheilen Ah, ich hätte ihn doch Stunnen sollen Handauflegung ist bereit Nein, ich komme nicht mehr zu Ah, ich hätte ihn doch vielleicht Ich hätte doch vielleicht einen Town Stomp benutzt Sonst hätte er mich nicht sagen können Hätte ich ihn wahrscheinlich Gekillt Ja gut Ist so, ne Wir haben 900 zu 100 Ordentlich Kann man sich nicht beschweren Wird auch ordentlich gespielt Man ist verteilt Man ist immer mal Einen anderen Stützpunkt Ich weiß nicht, wo ich Da hingehen soll Vielleicht gehe ich doch schon Eins weiter Na, das ist Ah, okay Das ist der Punkt Wo wir eben waren Das werden wir wahrscheinlich Nicht kriegen Dann gehe ich da hin Aber was kommt jetzt Schnell Neues Müssen wir einfach nur Schnell hin Konnten wir erfolgreich Unterbrechen So, Sheet of Vengeance Justicas Vengeance Na, doch nicht Jetzt aber Ah Okay, das war's dann gleich Handauflegung Ist raus Mit jedem Wir gehen an den Hunter Ne, der kann schon Nichts machen Ah, wir haben Bubble von unserem Heilmong Dankeschön So Hunter Das war's dann gleich für dich Und tschüss Nice Wow Oh nein Den konnte ich nicht machen Inline Nicht backpedal Nein Ah, ich hätte doch Ah, schade Ich hätte mich da heilen können Aber Der Schwarzbist hat sich noch Schon gekillt, gell Ah, nee Wilder Biss Mach sogar Ich hätte gedacht Er hat den Schwarzbist Doch durchbekommen Hat er ihn durchbekommen Tote Sehe ich jetzt nicht Nö Gut, dann Ja Pech Hab ich der Feral gekillt Oh, direkt vor mir Das da Ist da was Ich seh da nix Das ist ein Ali Ja Oh, ein Ikea auch noch So Doch wollen wir Und alles hier Keine Chance Da kann man nix tun Das war aussichtslos Für ihn Ähm Was ist das nächste Hier vorne hat das Da sind noch Zwei, drei von uns Kann ich ihm helfen Nein, den kann ich nicht mehr Ich kann aber den Rock Ah, der hat Nein Jetzt hab ich drüber gestanden Hallo Mage Du bist geslought Hast du ne 5 Spülter Ach, der Rode lebt noch Oh Ändern wir das mal Tschüss Nur kurzer Stun Justica's Vengeance Und nochmal Justica's Vengeance Stunnen wir ihn Gucken wir mal Ob man Irgendwie dann heilen kann Ich hab noch Keinen Inline bekommen Ah, da brauch ich Das war's Ich hätte vielleicht Ich hätte Ich hätte Ich hätte abhauen sollen Komplett Das wäre vielleicht besser gewesen Ich hab den Mage Total vergessen Sondern hätte ich nämlich Schon wegreiten können Damit der Mage Nicht mehr in Reichweite ist Dann hätte ich es wahrscheinlich Überlebt Hätte ich mich einfach heilen sollen Ich hab gedacht Komm, dann kriegst du vielleicht Na Hätten wir anders machen können Dann hätten wir den Tod Wahrscheinlich vermieden Und vielleicht sogar Noch den Killgut Wäre für das Team Besser gewesen Allerdings Glaube ich nicht Dass das jetzt wirkt Dass unser Dass das hier wirklich Gefährdet ist Ich geh am besten Gerade hier runter Wir brauchen noch 200 Punkte Und dann Wie sagt man so Schön ist Die Käse Gäse So, war hin Nicht eben Genau Du willst es zu nehmen Gut, dann Lass dich das nehmen Ne, ne, ne Wir brauchen nicht mehr hierhin Das Thema ist durch Denk ich mal Denk ich mal Finde immer noch 2 So Rogue's done Das sieht aus Vengeance Ähm Ne, die Weinstorm Wake of Ashes Dann die Weinstorm Einfach rein Damit der Dienhunter Auch Sein Fett wegkriegt Also Das ist der Hexer Tod Gut Dann nehmen wir uns Den Troiden hier vor Arme Farrell Ja Du hast das Thema dann durch 600 zu 500 Ja, ordentlich Ich sag mir immer Vielen, vielen Dank Fürs Zuschauen Ja Und wir sehen uns Im nächsten Video In diesem Sinne Tschüss So Das war's dann wieder für heute Ich sag mir immer Vielen, vielen Dank Fürs Zuschauen Wenn dir das Video gefallen hat Dann lasst mir doch Einen Kommentar da Einen Daumen nach oben Und wenn du es schon längst Hast ein Abonnement Und würde mich natürlich freuen Wenn wir uns im nächsten Video Oder im Stream wiedersehen In diesem Sinne Tschüss Tschüss Tschüss